Heute mache ich ein Kneipp-Video, so wie das Genie Robert Franz, das ist richtig toll, alle anschauen Robert Franz oder eben wie der berühmte Pfarrer Kneipp ist schon für Heilzwecke angewendet wird, also es tut ein bisschen in die Füße weh, aber mit der Zeit gewöhnt man sich immer mehr daran und es ist richtig wohltuend. Und das Gesicht kann man alles gut aufmieren, wollen wir alle wissen, oder? Ui feini! Na gut! Tata! 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 Tata!